Ein reichhaltiges Kulturangebot. Neben Semperoper und Zwingern stand dort die wohl skurrilste ostdeutsche Kapelle. Ob nun August der Starke, Erich der Allmächtige oder Hans der Geschlagene, die einen genossen es darin zu leben, die anderen benannten sich so. Dekadenz. Hallo, herzlich willkommen. Eure Gründung fällt ja noch in die Zeiten tiefsozialistischer Kulturpolitik. Hattet ihr eigentlich keine Probleme mit eurem Namen damals? Mitnichten. Vielleicht möchtest du? Nein, unsere Funktionäre, also die herstanden gut zu uns und die Funktionäre von heute stehen auch gut zu uns. Weil das sind dieselben Funktionäre. Hallo, Funktionäre. Mal abgesehen von eurem Namen, Dekadenz, wie würdet ihr euch denn musikalisch einordnen? Wir machen Wirtschafts-Jazz. Was ist Wirtschafts-Jazz? Wirtschafts-Jazz ist Jazz-Musik, wo Probleme der Börse miteinander verbunden werden. Aber Pro-Maskulinität ist dort sehr im Vordergrund. Aha, gut. Ihr habt vor einem Jahr erschienen eure erste LP, nun folgt die zweite. Seid ihr eigentlich so fleißig oder waren die ersten nun doch nicht so der Hammer? Das haben wir auch, auch Pferde. Ihr habt auch Pferde, wunderbar. Was ist denn mit eurer LP? Die kommt Mitte, Ende März, so Gott will, das darf man jetzt sagen. Und da hoffe ich, dass die viel gekauft wird, weil es schöne Musik ist. Was ist nun an der anders als an der ersten? Ja, es ist nichts anders, es ist dasselbe. Es ist dasselbe, also ihr habt praktisch die erste nur nochmal jetzt. Haben die übernommen, ne? Wunderbar. Also wir haben praktisch dieselben Titel mit anderen Namen. So kann man es auch machen. Ich habe euch mal am Haussehung Talente in Berlin livehaftig erlebt. Und da fiel mir auf, dass ihr jeden Titel mit den Worten The next title is a wonderful title ankündigen. Das über anderthalb Stunden war ein bisschen langweilig, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, heute sehen wir ein bisschen was besseres. Aber könnt ihr mal den nächsten Titel kurz erklären? Okay, the next title is a wonderful title. Und noch ein bisschen was dazu. Achso, das ist auch ein Wirtschafts-Jazz-Title. Und es geht dort also um die Reifenherstellung von E.M.A.S. Pneumand, jetzt Michelin und... Bis hin zur Entsorgung. Ja, bis zur Entsorgung. Gut, gut. Wäre vielleicht eine Idee, vielleicht solltet ihr das patentieren lassen. Ich würde euch schon mal bitten, auf unsere Showbühne zu gehen. Ja, da gehen wir gern hin. Wunderbar. Wir werden uns sehen. Wir werden uns sehen. Und jetzt der Titel für alle Fahrradfahrer, Autofahrer, Motorradfahrer und vielleicht sogar Rollerfahrer. Der absolute Ersatzteil. Titel. Change. I have a Reifen for you. Dekadenz. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020